Willkommen in der OpenOlad Academy zum Thema Erste Schritte für Teilnehmer. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wo Sie in OpenOlad Ihre Kurse finden. Unter Kurse finden Sie das Wesentliche, für das eine LMS wie OpenOlad entwickelt wird, die eigentlichen Inhalte. Kurse könnte man auch als Unterrichtseinheiten bezeichnen. Um über die Vielzahl der Kurse in einem LMS den Überblick zu behalten, findet Sie unter den Tabs die Kurse vorsortiert. Unter Meine Kurse sind alle Kurse aufgelistet, für die Sie als Teilnehmer registriert sind. Wenn Sie einen Kurs als Favorit kennzeichnen wollen, klicken Sie dazu auf das kleine Fähnchen am Zeilenanfang. Die so getroffene Auswahl Ihrer persönlichen Favoriten finden Sie nochmals unter einem separaten Tab. Im Katalog werden, wie in einem Vorlesungsverzeichnis, alle veröffentlichten Kurse aufgelistet. Dort finden Sie also nicht nur Ihre Kurse, für die Sie bereits angemeldet sind, sondern das gesamte Kursangebot für Sie. Im Unterschied zu einem gedruckten Katalog hinterhält der OpenOlad-Katalog bereits die individuelle Vorauswahl der für Sie buchbaren Kurse. Und nun noch ein Tipp, wenn Sie mehrere Tage im gleichen Kurs lernen und nicht nach jedem Login in OpenOlad erneut zu Ihrem Kurs navigieren wollen, können Sie jede beliebige Seite auch als persönliche Startseite festlegen. Klicken Sie dazu auf der gewünschten Startseite auf diesen kleinen Button links unten. Malone